ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute mal ein bisschen ein anderes video es geht mehr oder weniger um ein gewinnspiel ist es aber direkt nicht ich dachte mir ich mache sowas mal jetzt zum ersten mal und schauen wir mal wie es läuft dann gibt es vielleicht auch öfters zum anfangs gedanken von mir ich dachte mir einfach ja ohne deine abonnenten wäre mein kanal eigentlich nichts bzw abonnenten brauchst du immer und fleißige leute die immer kommentieren und in letzter zeit ging es wirklich auf mit abonnenten views kommentaren etc da dachte mir einfach musste auch mal was zurückgeben als youtuber und was ihr hier seht ist auch direkt der ja gewinn kann man es nicht nennen aber das was später in der packung landen wird aber ihr müsst auch was dafür tun es ist nicht ganz so einfach das ist einfach es geht darum einfach in meinen nächsten videos bis dahin wurde es wo dieses art gewinnspiel jetzt läuft einfach oft zu kommentieren ich zähle am ende die kommentare und wer seit dem heutigen videos am meisten kommentare hat der bekommt am ende dann auch das paket noch ein paar regeln dazu es gilt pro video nur ein kommentar also nicht dass jemand meint er schreibt irgendwie 20 mal hallo und das war es dann also die kommentare gelten einmal pro video pro person und es muss auch ein konstruktiver kommentar sein also nicht wirklich so was wie toll schön hallo ihr wisst was ich meine außerdem müsst ihr mich abonniert haben und 18 jahre alt sein das ist einfach eine grundvoraussetzung ich mache das hier nicht illegal sondern ich mache das hier legal soll alles legal ablaufen und nicht irgendwie an minderjährige die hier k2 verschickt werden warum genau diese artikel weil ich habe mir gedacht ich suche einfach was aus wo nicht jeder rankommt wo sie jemand vielleicht gedenkt es lohnt sich für mich ich möchte diese sachen haben müssen von leslie allen von leslie die neuheiten für dieses jahr ihr seht hier die chili spinners ihr seht die spinner aus dem spinner pack eine king cobra einen roten croissant hier die crystal fontaine einen vegas vulcano außerdem ein blitzturm oder blitztürme von von beko und das war es auch schon aber was heißt das war schon ich denke das ist recht ordentlich zumal die meisten artikel nur in einem fachgeschäft im online fachhändler zu erwerben sind denke es wird sich lohnen die regeln habe ich gerade genannt ich werde die auch noch mal in die beschreibung packen wünsche ich viel spaß und vor allem viel glück sozusagen wobei das ja in eurer hand liegt und nicht wirklich auf glück basiert würde mich freuen wenn viele mitmachen wenn es gut läuft gibt es auch noch bestimmt ein zweites drittes mal mal gucken und ja wünsche viel spaß mit den nächsten videos viel spaß beim kommentieren und schon mal danke für die unterstützung und bis zum nächsten mal